Ja, hallo, mein Name ist Dominik und herzlich willkommen bei HeidekTV. Ja, hier dreht sich alles rund ums Thema Haarsystem. Heute in dem Fall ist Robert bei mir. Herzlich willkommen, Robert. Erzähl doch mal ganz kurz, wie alt bist du, wo kommst du her? Ich bin 30, komme aus Dortmund. Sehr schön. Ja, Robert hat ja auch ein Haarproblem, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, wenn ich richtig schaue, hast du schon eine Haartransplantation machen lassen. Wie lange ist das her? Schon fünf Jahre. Fünf Jahre und was hat dich dazu bewogen, jetzt doch dich für ein Haarsystem zu entscheiden? Ja, die Geheimratsecken kamen damals, deswegen die Haartransplantation und ich kriege einfach mit den transplantierten Haaren nicht die Fülle, die ich gerne hätte. Okay, also ist nicht zielführend genug. Das werden wir heute ändern. Die Transformation macht Fabio. Lasst euch inspirieren und dann ganz viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.